Wir forschen am Immunsystem, das aus Zellen besteht, die über den ganzen Körper verteilt sind. Und das ist naturgemäß natürlich sehr komplex, weil man die Zellen nicht auf einen Ort beschränken kann, sondern in ihrer Funktion hängt es davon ab, wo sie sich gerade befinden, wie alt sie sind, wie sie mit anderen kommunizieren. Und wir haben Methoden entwickelt, um die Physiologie dieses Systems zu untersuchen. Dazu haben wir einen genetischen Schalter in Stammzellen eingesetzt und der war induzierbar. Und wenn man das anschaltet, fangen die Zellen an zu leuchten und die Nachkommen dieser Zellen leuchten dann auch. Und so konnte man praktisch zum ersten Mal messen, wie sich diese markierten Zellen im Immunsystem ausbreiten. Sie müssen sich vorstellen, das ist so, wie wenn sie einen Farbeimer in den Fluss schütten und dann gucken, wie lange es dauert, bis die Farbe von Heidelberg braucht, bis sie in Rotterdam in die Nordsee fließt. Das haben wir für das Immunsystem gemacht. Um jetzt das Auflösungsvermögen zu erhöhen, haben wir ein Barcoding-System entwickelt. Und damit kann man in Zellen praktisch einen Barcode generieren. Und auf diese Weise kann man eine hochauflösende Analyse des ganzen Systems machen.